Warum störst du meinen Kriegsrat? Sprich! Schinken. Ach, kleiner Klugscheißer. Ihr Menschen seid unterworfen. Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Und das ist meine Aufgabe. War doch ein guter Kampf. Was fehlt dir sonst noch? Ich weiß. Du schlägst mich, Mama? Ja. Ich will Snapper jagen. Halt! Keinen Schritt weiter! Sonst haut dir mein großer Freund was auf die Mütze. Er ist tot. Irgendwer bringt unsere Leute... Ich passe auf, dass keine Orks ins Lager kommen. Nein! Ich werde dich zertreten wie einen Wurm! Sie sind tot. Inos! 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 Ja! Keine Chance gegen deutschen Stahl und deutsche Disziplin! Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Ich fass es nicht! Sie haben meinen schönen Tiger zerstört! Nein, 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 nein! – In! Inos! 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 Inos!